Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu The Medium. Ja, wir haben im letzten Part, ja, sind wir dem, haben wir ein kleines Versteckspiel mit dem Schlund gehabt und haben gelernt, dass wir uns theoretisch einmal schützen können. Ich glaube, oder beziehungsweise ich glaube, jedes Mal, wenn wir unsere Energie aufgeladen ist, uns schützen können, wenn er uns trifft, dass wir uns einmal so einen schönen Schwall abgeben, so ein Geisterschwall und dann, ja, aber gut, dann sind wir auf jeden Fall entkommen, sind wieder am Anfang gelandet bei der Rezeption und dann hat uns die gute Sadness oder Trauer, je nachdem, wie man es nennen will, Deutsch oder Englisch, kontaktiert über das Radio, dass wir nach Richard suchen sollen in der Tagesstätte. Und ja, jetzt sind wir auf dem Weg dahin. Die Tür zur Tagesstätte ist leider zu, deswegen suchen wir uns gerade einen anderen Weg. Mal schauen. Bin immer noch ganz froh, dass wir in der materiellen Welt gerade sind, aber ich glaube, das wird nicht lange bleiben. Weil, wie gesagt, in der materiellen Welt sind wir wenigstens sicher vom Schlund, weil die Menschen kriegen den ja auch nicht ab. Das ist einfach nur Blut, was hier den ganzen Tag verschwindet, ja. Aber warum ist das nur in dieser... Ich darf auch nicht vergessen, meine Geistersicht schon durch einmal wieder anzumachen. Aber warum ist die... Okay, hier ist das Blut einfach so zu sehen. Wenn wir drauf gucken, ist es aber am Sammflackern, als wäre es halt nur in der Geisterwelt. Aber warum soll es nur in der Geisterwelt sein? Weil, naja, die Leute sind ja... Ist das ein Schwimmbad? Das sieht irgendwie aus wie ein Pool. Ja, das sieht aus wie ein... Boah, das ist aber ein ziemlich tiefes Becken. Holy shit. Ja, weil, wenn es so auffällt, dann würde... Warum sollte das Blut nur in der Geisterwelt sein, wenn sie wirklich... Sind die ja hier wirklich alle gestorben? Hm. Das hat einfach angefangen zu regnen. Dann finde ich ziemlich cool. Das ist gerade ein sehr cooler Shot. Ist das Becken eingebrochen? Oder warum... Oder ist... Achso... Ah ne, es ist hier drin von dem Nichtschwimmer wahrscheinlich... Ja, was ist das Nichtschwimmer? Aber von dem etwas seichteren Becken zu dem tieferen. Jetzt weiß ich gerade von der Rütteln. Ist da Blut auf dem Boden? Sieht so aus, ne? Da vorne flackert Licht. Ich weiß nicht, soll ich nach unten gehen? Soll ich nach oben gehen? Ich gehe mal nach unten. Äh, hier durchgehe ich mal nicht. Nicht nach unten. Ich komme ja wieder zurück. Na ja. Aber das Schwimmer... Also ich meine, guck mal hier. Hier ist jetzt schon... Bis zum Mund ungefähr von Marianne... Das ist etwas weichtere Becken. Und hier unten, wo es dann so richtig runter geht... Also entweder das Eis ist eingebrochen oder... Ja, I don't know. Es ist halt aber das tiefste Schwimmbecken dieser Welt. Ja, guck dir das an. Was ist denn das für ein Schwimmbecken? Es ist ja übertrieben tief. Aber es ist auch ein bisschen unnötig, weil... Naja, ein Schwimmerbecken... Muss ja eigentlich nur so tief sein, dass da Leute halt... Daran schwimmen können. Ohne Probleme. Und... Natürlich ist es immer ein bisschen tiefer dann... Als so der Standard sozusagen. Das ist der Durchschnitt. Weil natürlich auch größere Leute da sind und so. Aber... Ja, niemand... Wird jemals im Leben... So groß sein, dass der hier irgendwie drin stehen kann oder so. Beziehungsweise springen kann. Äh, also wenn man hier springt, das... Niemand wird mir doch... Oder? Vielleicht bilde ich mir das auch einfach ein. Vielleicht ist es auch voll die normale... Äh, Tiefe für so ein Springbecken. Aber... Also für so ein Becken, wo man so reinspringen kann. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ziemlich übertrieben tief. Jetzt war da auch... Alter, was ist denn hier passiert? Wurde hier schlagen... Ah, die wurden wahrscheinlich erschlagen davon, ja. Das ist das Blut flackert. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Hier ist irgendwo ein Echo. Da unten ist was. Das war nur ein Grafikfehler. Weiter. Da war es gerade. Da war es gerade. They echo. Hm. Hier kann ich was in der Sicht sehen. Ich kann nicht... Ich vergesse ja, als ich diesen Einblick habe. Ich werde so lange schon in der Geist der Welt fahren. Oh, ich habe dieses blutige... Tuch? Glaube ich ist das. Hier gar nicht gesehen. Warum kann man darüber gucken? Ist einfach nur so, hey, das... Guckt sich das einfach mal an? Oder... Ist da wirklich irgendwas gewesen? Aber anscheinend ja nicht. Hier ist kein... Doch, hier ist auch ein Echo. Oh. The nurse. She did it. She killed them all. It was like something possessed. Is that really what you want us to put on record? It's what I saw. Oh, nice. Hm. Also, höchstwahrscheinlich die Krankenschwester, die wir schon kennengelernt haben. Die Ursula, glaube ich, hieß die, ne? Die ja, wo wir ja auch gesehen hatten, dass er, dass dieser Mann, in dem sie verliebt war, der dann ja gesagt hat, so, ja, mehr als Freunde werden wir niemals sein, aber dadurch weiß ich auch, dass die Freundschaft endet, werde ich jetzt sagen und so. Wir haben ja gesehen, dass er ja dann bei ihr irgendwie war und irgendwie Patient war. Vielleicht wurde sie halt echt besessen von irgendwas aus der Geisterwelt, was sie dann für gesorgt hat, dass sie so durchgedreht ist und sie ist ja anscheinend dann am Ende halt in der Badewanne gestorben. Ähm, ja. Hm. Vielleicht war es doch der Schlund, der dafür gesorgt hat, dass sie das ganz, äh, dass sie das tut oder so. Vielleicht, äh, sehen, die Leute sieht den Schlund nicht, aber werden von ihm vielleicht besessen. Wieso kann ich das, konnte ich das Ding jetzt grad verschieben? Ich hab grad meinen Weg verbaut. Kann das sein? Aber eigentlich müsste ich ja zurückschieben, wenn es wirklich so lang gehen würde. Ich kann aber nichts machen. Okay, nun... Oh, ja, kann ich das grad verschieben, wenn die nichts ist? Ich hör hier auch nichts. Nee, ist gar nichts. Okay. Hm, dann gehen wir weiter. Vielleicht später in der Geisterwelt. Ein Echo. Da sind irgendwelche Sachen, die ich nicht lesen kann. Ich wünsche, ich könnte das lesen, was da an der Wand steht, ne? Ich wünsche, ich könnte es aber lesen. Aber leider... Leider kann ich das nicht. Ich hab leider keiner... Also... Wer weiß, was da genau steht. Ähm... Wie gesagt, ich schätze, es ist wahrscheinlich polnisch, weil das Ganze hier auch an Polen spielt, aber... Ich kann es nicht sagen und wenn es polnisch ist, äh... Naja, weiß ich trotzdem nicht, was da steht. Eines Tages... Meine Liebste, ich wün... So. Meine Liebste, ich wünsch, das wäre soweit. Der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es erscheint so einfach... Es erscheint so einfach. Nur in den Postkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es. Ich liebe dich von ganzem Herzen. F. Wait a minute. War das MAF oder war das... Das war MAF. Der hat nie die Postkarten abgeschickt, die wir gelesen haben. Hm. Komisch. Also die Postkarten hat sozusagen einfach als Kommunikationsmittel benutzt, ohne wirklich mit ihr zu kommunizieren zu müssen. Aber warum? Also warum wollte er dir das nicht schreiben? So, warum wollte er nicht, dass sie das liest? Hm. Hm. Da liegt noch was. Der gute alte Frank. Francis, was soll ich mit dir machen? Als Niba dich gemacht hat, hast du mich angeflecht, dich zu behalten. Du sagtest, du bräuchtest etwas Zeit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, dass du nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammten Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut, Mr. Rekowitsch. Ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause, spätestens im Sommer. Wer willst du was vormachen, Frank? Verdammt. Solange du hier bist, kannst du dich wenigstens, kann ich dich wenigstens im Auge behalten. Darauf schauen, dass du dich nicht besäufst und in einer Schneewehe bewusst aus wirst. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben. Zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich hier die Hilfe brauchen kann. Gut. Den haben wir schon gehört, den guten Francis. In der einen Echo gerade eben. Mit dem Officer. Mit dem, mit dem, ja. Und die ganzen Briefe sind ja von MF. Das ist ja auch dann wieder Francis. Oh nein. Wieso? Halt ich wieder mit unserem guter Freund Schlund. Hey Mann, lang nicht gesehen, mein Freund. Ich will nicht. Bitte bleib da, wo du bist. Wir wechseln uns jetzt gleich wieder in die Geisterwelt, oder? Und dann haben wir wieder Spaß mit dem. Seht ihr euch wiederkommen, ey? Woher geht's hier hin? Ah, schade. Schade. Ich hab gehofft. Ich dachte mir so, oh, der neben Licht geh ich, zumindest nicht geh ich nicht hin. Aber, oh ja. Da kommt doch jetzt mal was, hundertprozentig was so. Da flackert sogar was an der Wand. Okay. Hm. Also die Gemälde, äh, das ist die Zeichnung an der Wand, flackert ein bisschen creepy. Ansonsten passiert ja nicht so viel. Weiß ihr irgendwas, wenn ich hier 15 Mal in den Spiel schaue, oder so? Ne, okay, schade. Komisch. Hätte eigentlich damit gerechnet, dass hat irgendwas passiert. Ist irgendwas hier auftaucht, oder man irgendwas in der Geisterwelt zieht, oder so? Aber apparently not. Schade eigentlich. Warte, wo geht's da hin? Also, das ist ein Fenster, okay. Never mind. Ich will da nicht hin. Nein. Ah! Nein, wie komme ich da dran? Er speichert. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Ah! Ah, ich war doch gewusst, dass im Spiel irgendwas passiert. Ich wusste es. Folge der Geisterspur. Well, that's my seven years bad luck. Ach, well, was kann schon passieren? Na? Na? Wer ist Hannah? Wir sollen hier lang gehen, damit da... Ist auch noch was. Springen wir da jetzt da runter? Oder was macht sie? Ach, scheiße, ich probiere es aus. Okay, sie geht runter. Also, sind wir wieder... Ne, sind wir hier? Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Oder? Hier ist doch nichts Besonderes. Ja, nee, ist ein Teil des, 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 Fools, wo wir noch nicht waren, aber, da ist halt nix. Okay, schade. Hat sich nicht so gelohnt. Ich muss das aber ausprobieren. Ich meine, da ging es runter, das ist sehr wichtig. Gut, gehen wir wieder nach oben. Du, 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 ich kann nicht mehr nichts machen, oder? Nee, schade. Du, 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 so, und jetzt einmal hier wieder durch, und jetzt der Geistersprüche in Folgen. Wirklich. Ich hätte auch einfach nach unten gehen können, aber nein. Ja, ich hätte auch hier erst hingehen können, aber nein, ich muss auch nicht nach unten springen. Burn out. No, no. Klingt aber nicht nach netten Kindern. We're gonna show that weirdo. Klingt halt echt nicht so nett, ne? Also, ich muss jetzt wirklich da runter springen. Natürlich. Lass mich raten, es geht bis zum... Es geht in... Hallo? Hallo? Geht's in den Pool? Da, wo wir reingeguckt haben auch schon? Dann würde es nämlich Sinn machen, warum wir nichts sehen konnten. Jetzt gehen wir da raus. Ach, sie liegt... Ich will kurz kommen, ob irgendwas ist. Ja, okay. Warum liegt da ein Stofftier? In einem Pool? Ja. Lilly. Ready or not. Lilly. Wait. Wait, ist das... Ist das... Sadness? War das Sadness? Die Stimme war ihr verdammt ähnlich. Wo ist die Geisterspur? Wird die jetzt da lang, wo ich lang wollte? Ja, na? Ich wusste es. Was hab ich gesagt? We're gonna show that weirdo. Klang schon so. Natürlich haben sie sie... Gemobbt. Oh Mann, Kinder können einfach so böse sein. Das ist unglaublich. Kinder können wirklich einfach so grausam sein. Wo führt uns das jetzt hin? Ah, jetzt wissen wir auch, warum wir nicht hin konnten. Oh nein. Ich glaube wirklich nicht, dass wir es sollten. Schau mal auf, Renard. Gein! Oh. Kinder können manchmal so böse sein. Ja. Kinder können einfach solche... solche... unfassbar... ...kann unfassbar ein Monster sein. Das ist unglaublich. Und sie ist im Schrank eingesperrt. Ja. Ja. Look back at me. Weiße Katzenfigur. Schneeglöckchen. Hm. Okay. Zerrissenes Bild. Ja, das ist ein Blick auf die andere Seite. Hatte Lilly das Gleiche? Ist Lilly genauso wie Marianne? Marianne? Dass sie... die andere Seite sehen kann? Oh, es ist dunkel. Aber er speichert. Das heißt, ich würde erst mal sagen, ich mache erst mal einen Cut für diesen Part von The Medium. Und jetzt wird es auf jeden Fall sehr interessant auf jeden Fall. Ist Sadness Lilly? Weil, wie gesagt, die Stimme ist ihr sehr ähnlich. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich sie ist. Und hatte... Ist Lilly genauso wie Marianne? Eine Person zwischen den Welten? Wir werden es herausfinden und hoffen weiterhin, dass wir vielleicht Schlund nicht begegnen. Ja, aber bis dahin würde ich auf jeden Fall sagen, ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zum weiteren Part. Ciao. Ciao.